Tabakfreunde sind gesellig, lieben gute Unterhaltung und haben Freude am Genuss. Ob Raucher oder Schnupftabakliebhaber, Genießer stellen Ansprüche. Sie vertrauen auf Qualitätsprodukte der Pöschel Tobacco Group. Pöschel. Dieser Name steht für über 100 Jahre Erfahrung und Qualität im Umgang mit Tabaken aus aller Welt. Alois Pöschel Senior war es, der das Unternehmen ins Leben rief. 1902 gründete er in Landshut seine Brasil-Tabakfabrik Pöschel & Company. Einige Jahre später entwickelt er die Schutzmarke mit dem bekannten P. im Achteck. Aus seiner Ideenschmiede stammt auch die bis heute meistverkaufte Schmalzler-Marke Doppelaroma. Noch vor dem Zweiten Weltkrieg übernehmen die Söhne Alois und Wilhelm. Sie beginnen mit der Produktion von Pfeifen- und Zigarettentabaken als zweites Standbein und bauen die Firma weiter aus. Heute ist die Pöschel Tobacco Group der weltweit größte Produzent von Schnupftabak und dazu der führende, konzernunabhängige Hersteller von Rauchtabakprodukten in Europa. Darüber hinaus vertreibt das Unternehmen Markenprodukte im Zigaretten-, Zigarillo- und Zigarrenbereich. Die Zentrale liegt in Geisenhausen nicht weit von Landshut entfernt. Die Unternehmensgruppe ist im alleinigen Besitz der Familien Engels und Pöschel und wird geführt und weiterentwickelt von Dr. Robert Engels und Dr. Ernst Pöschel. Mehr als 600 Mitarbeiter beschäftigt das Unternehmen weltweit. Circa 300 in Deutschland und noch einmal über 300 in den verschiedenen Tochter- und Beteiligungsgesellschaften. Die Rottabake kommen aus der ganzen Welt, vor allem aber aus Südamerika, Afrika und den traditionellen europäischen Tabakanbaugebieten. Strenge Eingangsprüfungen stellen die stets gleichbleibende Qualität sicher. Nur ausgesuchte, hochwertige Rottabake finden ihren Weg in die Pöschelproduktion. Das Wissen um die besten Sorten, die ausgewogene Mischungskomposition und die schonende Verarbeitung sind das Geheimnis unseres Erfolges und ausschlaggebend für den einzigartigen Geschmack unserer Produkte. Aus bis zu 20 Rottabaken kann eine einzige Mischung bestehen. In der Vakuumkammer werden die Rottabak-Mischungen im Wasserdampf locker und geschmeidig. Alle Produktionsschritte sind elektronisch überwacht. Nach streng geheimen Rezepten mit natürlichen und naturidentischen Aromen wird die Käsingsauce angesetzt. Die Zigaretten- und Pfeifentabake werden je nach Sorte in unterschiedlichen Breiten geschnitten. Das Rösten und die Abtrocknung auf die vorgegebene Endfeuchte erfolgt im Trommeltrockner. Moderne Anlagen portionieren und füllen die Pfeifen- und Zigaretten-Tabake in Pouch- und Wickelbeutel von 10 bis 50 Gramm. Oder in Dosen bis zu 250 Gramm, je nach Anforderung des Marktes. Schnupfer verbinden ihren umweltfreundlichen Tabakgenuss vor allem mit dem Namen Pöschel. Das Unternehmen hält in Deutschland einen Marktanteil von über 90 Prozent. Pöschel-Schnupftabake gibt es in mehr als 30 verschiedenen Geschmacksrichtungen. Weltweit stammt jede zweite Schnupftabakdose aus dem Hause Pöschel. Der traditionelle Schmalzler wird noch heute in langsam laufenden Reibsteinen gerieben. Bei der modernen Art des Schnupftabaks, dem Schnaff, ist es eine hochmoderne, vollautomatische Tabakmühle. Sie verarbeitet jährlich über 250.000 Kilo. In den Mischern werden die besonders feinen Tabakmähle chargenweise angefeuchtet und durchmengt. Anschließend reifen sie mindestens drei Wochen in geschlossenen Behältern, in Fermenturräumen. Im letzten Produktionsschritt werden die Aromamischungen zugegeben. Bereitet nach geheimen Rezepten mit naturbelassenen Aromen wie Pfefferminz- und Eukalyptusöl, Menthol- oder Fruchtauszügen. In der weltbekannten Gletscherbrise ist es das erfrischende Kolumbiaöl. Attraktive und zeitgemäße Verpackungen lassen die Schnupftabake nicht nur gut aussehen. Sie schützen sie vor allem vor genussmindernden Einflüssen, die dem Austrocknen. Pöschel-Schnupftabake gibt es nicht nur in Dosen, sondern auch in umweltfreundlichen und preisgünstigen Nachfülltütchen. Innovation in Forschung und Entwicklung als oberste Prämisse. Bei Pöschel entwickelte Mischungen werden vor der Markteinführung und während der laufenden Produktion von einem fachkundigen Panel probiert und geschmacklich ausgetestet. Proben von allen Chargen durchlaufen ausgiebige Laboranalysen. Elektronische Geräte stellen auch kleinste Abweichungen von den vorgegebenen Geschmacksspektren fest. Durch eigene Forschung und Entwicklung neuer Produkte ist die Pöschel-Unternehmensgruppe für die Zukunft bestens gerüstet. Als einer der ersten Tabakhersteller Europas hat Pöschel die DQS-Zertifizierung nach DIN ISO 9001-2000 für ihr integriertes Managementsystem erhalten. Im Versand erfolgt die Auftragsbearbeitung und Kommissionierung. Über 135 Marken kommen aus der Firmenzentrale, darunter so erfolgreiche Pfeifentabacke wie Golden Blance, Brookfield, Exklusiv, Redfords und Thomas Redford. Bei Schnupftabak gibt es vor allem die Gletscherprise, Gavith, Osona, Löwenprise, FC Bayern Snuff, Andec Spezial Snuff und Redford Snuff. Hohen Bekanntheitsgrad genießen die Zigaretten-Tabakmarken Red Bull, Brookfield, Pueblo, Turner und Pontiac. Zu den Vertriebsprodukten im Bereich Zigarren und Zigarillos gehören Marken wie Neos, J. Cortis, Backwoods und Zigaretten der Marke Brookfield. Die Pfeil Tobacco Group entwickelt auch spezielle Rauch- und Schnupftabake für einzelne Ländermärkte wie zum Beispiel die Feinschnitte Tilbury und Casablanca für Osteuropa oder den Drehtabak Cappuccino für den asiatischen Markt. Tägliche Auslieferungen garantieren höchste Qualität und Frische weltweit. Pöschel-Produkte gibt es rund um den Globus in nahezu 100 Ländern. Zahlreiche Tochter- und Beteiligungsunternehmen in ganz Europa stehen dabei unter anderem für den Erfolg der Unternehmensgruppe. Zur wesentlichen Unternehmensstrategie gehört das Erschließen weiterer Auslandsmärkte. So ist die Pöschel Tobacco Asia in Hongkong bereits heute als Brückenkopf auf dem asiatischen Markt tätig. Umfangreiche Marketingaktivitäten sichern Pöschel einen hohen Bekanntheitsgrad und unseren Handelspartnern gute Absatzchancen. Auf nationalen und internationalen Fachmessen ist die Unternehmensgruppe mit einer umfangreichen Produktpräsentation vertreten. Wir beraten Fachbesucher und Handelspartner in persönlichen Gesprächen und informieren ausführlich über Neuentwicklungen und Trends. Pöschel-Rauch- und Schnupftabake für anspruchsvolle Genießer und für den besonderen Lebensstil. Pöschel Tobacco Group Erfahrung und Tradition Profunde Kenntnis des Naturproduktes Tabak Das Gespür für Trends Und die Freude unserer Mitarbeiter an ausgereiften Produkten für den anspruchsvollen Tabakgenießer. Das ist es, was den Unternehmenserfolg ausmacht und den unserer Handelspartner. Das ist es, was den Unternehmensgruppe mit einer Umgebung ausmacht und der Umgebung ausmacht und der Umgebung ausmacht und der Umgebung ausmacht und der Umgebung ausmacht. Das ist, was den Unternehmensgruppe mit einer Umgebung ausmacht und der Umgebung ausmacht.